So, die PV-Aktion für den Monat September schauen wir jetzt miteinander an. Du siehst, bei einer Bestellung von 120 PV und im Treueprogramm, also exklusiv für die mit dem Treueprogramm, mit dem monatlichen Bestellservice, gibt es ab 120 PV das Ginger-Öl, das Ingwer-Öl und das ist ganz, ganz vorzüglich, um die Verdauung anzuregen, hilft bei Übelkeit und um Mut zu machen und wie gesagt, die Verdauungssäfte anzukurbeln. Dann für alle, die bestellen, auch mit dem Einmalbestellservice, gibt es mit 190 PV den Tiefs Vegible Soak Fruit and Vegetable Soak, also das ist eine tolle Lösung, sage ich jetzt mal, um das Gemüse und die Früchte zu waschen, von allen Fremdstoffen zu befreien. Dann mit 250 PV gibt es dazu, dann die Lavendel Calming Badekugeln, Kugeln, die sind ganz, ganz wunderbar, in das volle Bad geben, wenn du ein Vollbad geniesst und dann säuseln die so ganz fein vor sich hin und machen ganz eine weiche Haut und dazu gibt es das Mira Shave Öl, das ist eine spezielle Trägeröl-Mischung, die aufgetragen werden kann vor der Rasur, macht die Haare weich und lässt sich dann ganz schön rasieren, ist geeignet für Damen und Herren in allen Bereichen und Körperzonen und auch wenn es dann mal so sein soll, dass es einen Rasierbrand gibt und die Haut gereizt ist, lässt sich also das Mira Shave Öl auch nachträglich sehr schön auftragen und die Haut beruhigt sich sofort. Dann mit 350 PV gibt es zu all diesen Dingen zuvor, gibt es noch den Young Living Stress Away Roll-On. Wie der Name schon sagt, hilft sehr bei Unruhe, bei Nervosität und auch wenn wir uns aufgeregt fühlen, den Roll-On einfach auf den Nacken, auf die Handgelenke, auf die Unterarme, aufs Brustbein auftragen und gibt uns so das Gefühl von Schutz und Geborgenheit. Dazu gibt es dann noch das Roundabout Roller Case. Das ist ein ganz hübsches, man sieht es hier nur ein bisschen angedeutet, ein ganz hübsches, rundes Öle Case, wo sich die Kostbarkeiten schön verstauen lassen. Und dann mit 400 PV gibt es den kostenlosen Versand und mit 450 PV kommt dann das Immu Power Öl 15 Milliliter noch mit dazu. Das Immu Power ist eine ganz, ganz kraftvolle Mischung. Da drin steckt nämlich dann der Isop, das Bergbohnenkraut, Zistus, Ravinsara, Weihrauch, Oregano, Gewürznelke, Kreuzkümmel und der Rheinfarn. Also wenn du dich schon ein bisschen mit diesen ganzen Pflanzen beschäftigt hast, dann klingelt das enorm, denn das ist wirklich richtig, richtig kraftvoll, das an die Fusssohlen aufzutragen und so gut geschützt durch den Winter zu kommen. Genau, das ist die PV-Aktion vom September 2024. Danke fürs Zuschauen und liebe Grüße, deine Wanda.